Priska, magst du noch kurz was dazu sagen? Du hast auch einen Rückblick gemacht, gell? Ja, genau. Also, ich habe nicht viel zu sagen, nur eben weil die Zwillinge ja eben so ähnlich aussehen. Hat mir Ralf geholfen, also ich habe ja diesen Rückblick gemacht und filmisch habe ich da nicht so viel am Hut und auch meine Jungs wären da etwas überfordert gewesen, dann hat mir Ralf geholfen. Und wir haben bei den Zwillingen immer über Ramon ein Herzchen gemacht, sonst hätten wir nämlich die ganze Zeit Wimmelbildsuche und man würde den Rest gar nicht mehr mitbekommen. Also der Ramon ist immer mit einem Herz bezeichnet, solange wie es die Mutter noch wusste. Es hat ein Bild, das weiss ich selber nicht mehr. Übernahmen von Ramon. Am 27. November in der Nacht ist Ramon nach eineinhalb Stunden Wehen als fünftes Kindlein auf die Welt gekommen, wie alle wissen, nicht alleine, sondern fünf Minuten nach seinem älteren Bruder Joas. Hier sind sie drei Wochen alt. Ein paar Tage später bekamen beide eine so starke Bronchitis, dass sie in die Intensivstation mussten. Der Herr aber schenkte Gnade und so konnten sie nach einer Woche schon fast wieder gesund nach Hause. Es gibt sehr wenige Fötteli, wo Ramon alleine drauf ist, denn ein Zwilling kommt eben selten alleine. Für uns als Eltern war es ein neues Erlebnis. Zwei aufs Mal. Vieles wirkte auf einmal lustig. Zum Beispiel, wenn zwei in der Wiege gleichzeitig Bildle anschauen. Als die Zwillinge etwa drei Monate alt waren, hatte ich als Mutter selber Mühe, die beiden zu unterscheiden. Zum Glück waren die Leberflecken nicht deckungsgleich. Hier einmal alle fünf Geschwister aufs Mal. Silas, Lea, Micha, Ramon und Joas. Nina half mir im ersten halben Jahr im Haushalt, denn Silas, der Älteste, war auch erst viereinhalb Jahre alt. Auch die Nachbarschaft kam öfters, um die zwei kleinen lustigen Zwillinge zu sehen. Manchmal schliefen die beiden wie junge Katzen mitten im Spiel ein. Beide auf dem Topf, wie man sieht, muss das nicht langweilig sein. Schon werden die beiden ein Jahr alt. Und siehe da, schon übernimmt Ramon das Steuer. Auch ohne Absprache, gemeinsames Kommando. Da ein Laufgitter für zwei auf die Dauer zu klein war, durften sie zu zweit in einem kleinen Zimmer, das wir absperrten, spielen. Dass sie die Schublade als Balkon nutzten, war natürlich nicht geplant. Schon zwei Jahre alt, nur das mit dem Kerzenausblasen klappt noch nicht so ganz. Schon konnten wir mit dem kleinen Trupp ohne Kinderwagen Spaziergänge machen. Hier in den Ferien im Bregenzer Wald. Früh übt sich, was ein TC-Leiter werden will. Für Uneingeweihte. Ramon leitet in der OCG immer wieder alt und jung in praktischen Arbeiten an. Und natürlich muss man das von der Pike auf alles zuerst selber lernen. Schon kommt der kleine Timon zur Welt. Wie noch heute war Ramon ganz hin und weg, wenn er Babys sah. Hier wird um die Wette gelacht. Mit drei Jahren bekamen sie ihr erstes Instrument und schon wird geübt, was das Zeug hält. Schon werden sie vier Jahre alt. Man beachte die Lockenpracht. Hier im Tessin scheint die Wanderung zu lang, der Rucksack zu schwer und die Sonnenbrille zu gross zu sein. Aber schon mag Ramon wieder strahlen. Wenn fünf Geschwister innerhalb von viereinhalb Jahren zur Welt kommen, können sie sehr gut miteinander spielen. Wieder ein kleines Geschwister. Ob Ramon da schon für die spätere Bühnenpräsenz übt? Der sechste Geburtstag. Ramon bleibt ein pflegeleichtes Kind. Sehr hilfsbereit und dankbar. Für jeden angenähten Knopf oder geflickte Hose bekommt Mami ein Dankeschön. Immer mehr entwickelt Ramon sich zum Familienclang. Hier ist Ramon etwa 13 Jahre alt. Im Fotoalbum werden vor allem seine Unterhaltungskünste festgehalten. Aber es gibt nicht nur Unterhaltung. Ramon wie auch Joas und Timon entschieden sich im August 2006 für die Wassertaufe. Freudestrahlend stehen sie hier klatschnass und freuen sich, dass sie nun ganz Anteil an der Fülle des Herrn haben. Und weiter übt Ramon sein Komikertalent. Obwohl er da noch keine Ahnung hatte, dass er später mal in grossen Hallen Tausende zum Lachen bringen würde. Wieder einmal mit Joas und Ramon auf dem Schlitten mit Timon, Gabriel und Simea. Ein komplettes Familienfoto, alle schön der Reihe nach. Wir Eltern mit Silas, Lea, Micha, Joas, Ramon, Timon, Tirza, Noah, Gabriel und Simea. Nachdem wir im Film «Heldensterben anders» als Familie eine Statistenrolle einnahmen, bekommt Ramon mit 14 Jahren seine erste richtige Schauspielrolle im Film «Sophie und der Sektenboss» von Panoramafilm. Als Strassenkind, wie die Kleider verraten. Später folgt noch eine weitere Schauspielrolle in «Männer stiehlt man nicht». Ab der 5. Klasse lernen Ramon und Joas Schlagzeug. Sie spielen in der Jugendmusik und später in der Harmoniemusik Mülheim. Es folgen nun ein paar Fotos von uns als Familie über die Jahre hinweg. Ramon immer mitten im Rudel. Und was je länger, je mehr geworden ist? Die Lieblichkeit, wenn Brüder in Eintracht zusammen sind, in den Ferien. Oder beim Arbeiten. Sehr gerne möchte ich, deinem Zwillingsbruder Joas, etwas dazu sagen. Von ganzem Herzen darf ich dich als den tollsten Bruder der Welt bezeichnen. Und das kommt nicht von ungefähr. Als Zwillinge hatten wir das Heu einfach auf derselben Bühne. Schon als Kinder hatten wir uns als beste Spielgefährten. Im Kinderzimmer, in der Natur oder hinter dem Schlagzeug. Ach ja, damit haben wir sogar zweimal den Ostschweizer Solistenwettbewerb in der Kategorie Duo gewonnen. Weisst du noch? Aber das war nicht alles. Ein einschneidender Punkt in unserem Leben war die OCG-Jahreskonferenz 2010. Da hat uns die Herrlichkeit und Kraft Gottes überwältigt. Und seit da zieht es uns immer mehr zu Gott und seinem Organismus hin. Wie anders ist unser Leben seither? Ja, das war und ist das am meisten Verbindende in unserem Leben. Der gemeinsame Dienst, zum Beispiel an TECIS oder für die Bühnenkoordination an OCG-Veranstaltungen. Unsere gemeinsamen Ferien an der Nordsee, auf Rügen, in der Sächsischen Schweiz, im Tessin oder Slowenien. Oder auch sportliche Aktivitäten. Ausflüge und dergleichen. Du warst mir auch immer wieder ein grosses Vorbild, wie man in der Beziehung mit Jesus bleibt und wächst. Dafür bin ich dir so dankbar. Das Schönste war es immer, wenn wir gemeinsam Jesus erleben durften. Sei es, dass wir uns in einer Krise ihm anvertrauen oder dann wieder zusammen durchbrechen durften. Eigentlich egal, ob gefühlt im Himmel oder auf dem Boden. Immer wenn wir in Jesus verbunden waren, dann war es das Schönste auf Erden. Und genau das wünsche ich dir auf deinem zukünftigen Weg mit Anna-Sophia. Dass ihr in ihm und in seinem Organismus bleibt und er in euch, in Freude und Leid. Ach ja, dass ich überaus glücklich bin, dass du die Frau deiner Träume gefunden hast, das weisst du ja. Zurück zum Jahr 2008. Obwohl Ramon und Joas die ganze Schulzeit nie zusammen in derselben Klasse waren, hatten sie, wie ihr gerade gehört habt, als Zwillinge einen engen Zusammenhalt und verbrachten ihre Freizeit meist zusammen. Mit der Lehre kam dann die erste Zeit, wo sie ganz andere Wege gingen. Ramon lernte Schreiner, Joas Zahntechniker. Je länger, je mehr stellte Ramon seine Fähigkeiten in der Freizeit in den Dienst der OCG. Das Wochenende war für ihn stets das Highlight der Woche. Nicht im Ausgang, sondern an den Trainingscamps, wo er zuerst selber lernte, wie man eine Predigt nicht nur hören und als gut befinden kann, sondern wie jede Predigt praktische Punkte fürs eigene Leben beinhaltet. Diese praktischen Punkte dann umzusetzen beim Arbeiten, das lernten Gross und Klein an den Trainingscamps. Mit der Zeit wurde Ramon selbst Leiter von Trainingscamps. Im Front-Trainingscamps in einer Gruppe mit mehreren Jugendlichen lernten sie geistliche Inhalte mit der Arbeitsvorbereitung zusammenzubringen, um sie dann jeweils in einem weiteren Schritt mit Gross und Klein am Samstag umzusetzen. Obwohl Ramon beinahe seine ganze Freizeit in der Schreinerlehre mit diesem Dienst ausfüllte, schloss er seine Lehre mit sehr guten Noten ab. Überhaupt tat dieser Dienst Ramon gut. Wo er vorher oft unsicher und eher ein Anpasser war, lernte er selbstständig Entscheidungen fällen und ganze Gruppen nach klaren Zielen zu leiten. Nach der Lehre kam die Rekrutenschule in der Militärmusik, wo Ramon und Joas das erste Mal seit dem Kindergarten wieder zusammen waren. Von der Musikausbildung profitierten beide sehr. Hier ein Eindruck von unseren Veranstaltungen, wo sie das Gelernte in selbstkomponierter Form zur Freude aller zum Besten geben. Da die Älteren wie auch jüngeren Brüder ebenfalls gerne Musik machen, ist die Bühler Band entstanden, deren Musikstücke diesen Film untermalen. Ich stelle als Mutter fest, dass Ramons persönliche Vorlieben alle wunderbar geformt wurden und werden, so dass seine originellen Eigenschaften aus ihm immer mehr ein wertvolles Glied im Menschheitsorganismus ausmachen. So wurde aus dem Familienclown... Der Komiker auf der Bühne, Johannes Maria Bollemoser mit Medisedy. Die unbändige Energie und Freude am Extremen Die unbändige Energie und Freude am Extremen Untertitelung des ZDF für funk, ultimately wird mit dem Männerbuch Nep literativen Land сейчас auf dem player Gablin weiter örneigет gerade dann Abend vindt weiter konstruirent den Monk in der vert sisens gleicht und ein Bart gesehen. Die Annette hatte die Allenen, den Gang ch builds defund, und auch wird Two-Blayer Band hin packet die überall lige gef booklet werden seminar gefertightened geradeauser. Von Wo Т تم ab 2000 michorama Wurde zum Durchhaltewillen und Pioniergeist im Dienst. Seine spezielle Liebe zu Kleinkindern und kleinen Tieren, die sich mit dem Schraubchen und Pioniergeist im Dienst. Macht ihn heute zum Leiter, der mit Feingefühl gerade die Schwachen in der Gruppe wahrnimmt und diese stärkt. Last but not least, warum wir ja heute alle hier sind, in seinen Diensten lernte Ramon auch Anna-Sophia besser kennen und seine Wünsche wurden mit ihr mehr als erfüllt. Bis heute schweben sie in den Wolken, wenn sie einander sehen. Und uneins sind sie sich nur, wenn es darum geht, wer dem anderen den Fortschritt lässt. Wir sind überzeugt, dass das so bleibt und diese Ehe entsprechend Früchte trägt. Ja, das ist doch so interessant, weil man ein bisschen hört, was dahinter steckt. Anna-Sophia hat vielleicht auch noch nicht an uns alles gewusst. Anna-Sophia hat vielleicht auch nicht an uns alles gewusst. Anna-Sophia hat vielleicht auch noch nicht an uns.